Herzlich willkommen zum neuen Garngemunkel, Garngemunkel Nummer 40 und herzlich willkommen zum ersten Garngemunkel in 2024. Ich bin Thorsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Gerade ist der Jahreswechsel gewesen. Weihnachten, Silvester sind rum. Ich hoffe, ihr habt das für euch gut überstanden, hattet eine schöne Zeit und ich hoffe auch, dass eure ganzen Neujahrsvorsätze nichts mit Wolle nicht kaufen zu tun haben. Das ist Quatsch. Das solltet ihr lassen. Wolle ist einfach gut für die Seele und wir haben ja wirklich gerade Zeiten, die sind alles andere als gut für die Seele. Deswegen muss man immer gucken, dass man in dem Moment, wo man sich was Gutes tun kann, das auch tut. Ja, für mich war der Jahreswechsel eher sehr ruhig. Ich war Weihnachten und Silvester alleine, habe dem auch mit ein bisschen Schrecken entgegen geblickt, bin da aber ganz gut durchgekommen für mich, muss ich sagen. Ich habe mein Badezimmer und mein Schlafzimmer renoviert, was man auch gut machen kann. Das Schlafzimmer zeige ich euch vielleicht mal, weil ich da so eine sehr schöne Lösung gefunden habe, um die Wand mit Holz zu verkleiden, die sehr simpel ist und aber sehr wirkungsvoll. Und vielleicht nehme ich euch da mal im nächsten Gangungel mit und zeige euch das mal. Und Silvester bleibe ich sowieso immer alleine zu Hause, weil mein Hund einfach Angst hat und entsprechend ich dann nicht rausgehe und mit ihr nirgendwo hingehe und sie aber auch nicht alleine lasse. Hat aber dieses Jahr auch überraschend gut geklappt mit der Angst. Dank eines Tipps vom Tierarzt hat mein Hund ein kleines Pinchen Eierlikör bekommen und damit hat sie das wirklich sehr entspannt und angstfrei überstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist ja momentan so, dass es immerzu irgendwelche schrecklichen Nachrichten gibt und ich das Gefühl habe, es wird auch immer alles schlimmer. Also Krieg in Ukraine, Krieg in Israel, Palästinenser, Rechtsruck in Deutschland, Rechtsruck überall auf der Welt. Trump scheint echt auf dem Weg zu sein, schon wieder Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Also es sind ganz, ganz, ganz viele schlimme Nachrichten, die einen auch sehr runterziehen können. Und deswegen habe ich mal überlegt, was sind denn eigentlich gute Nachrichten? Also gibt es auch irgendwas, über das man sich freuen kann? Weil natürlich Nachrichten immer ja am liebsten funktionieren mit Krisen und schlechten Nachrichten und ich habe jetzt mal zu Beginn des Gangungels 2024 gute Nachrichten zusammengetragen, denn es gibt auch durchaus viele Dinge, über die man sich freuen kann und das darf man immer nicht zu vergessen. Worüber ich persönlich mich wirklich sehr, sehr freue, ist, dass wir das geschafft haben, Corona in den Griff zu kriegen. Also es war ja jetzt auch mit diesem Winter noch nicht so klar, wo geht die Reise hin, aber bisher sieht es ja offensichtlich wirklich ganz gut aus, dass es keinen großen neuen Ausbruch gab. Ich höre immer wieder um mich herum und so wird es euch ja auch gehen, dass Leute an Corona erkranken, mal weniger schwer, manchmal auch wirklich mit einem schwereren Verlauf. Aber dieses Umfassende, dass es wirklich die ganze Welt lahmlegt, das scheinen wir ja hingekriegt zu haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das so ein bisschen wie so ein böser Traum, denn vor zwei Jahren hatte ich wirklich Momente, wo ich gedacht habe, vielleicht ist das jetzt auch für immer die Realität, dass man nur noch mit Abstand miteinander umgehen kann, dass es keine gemeinsamen öffentlichen Veranstaltungen wie Theater, Kino oder Wollfeste mehr geben wird, dass das einfach alles nicht mehr geht, dass das vorbei ist. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass sich das nicht eingelöst hat, dass wir das geschafft haben, diese Pandemie in den Griff zu kriegen. Und ich will jetzt gar nicht loslegen und Diskussionen lostreten mit Impfen oder nicht Impfen. Ich bin geimpft. Ich glaube auch sehr daran, dass das Impfen viel dazu beigetragen hat. Und ja, ich bin einfach froh, dass wir da durchgekommen sind. Und es war eine sehr, sehr lange Zeit und auch eine sehr belastende Zeit für viele Menschen. Aber wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt in einer annähernd wieder Normalität und darüber freue ich mich wirklich sehr. Andere gute Nachrichten. Die Inflation ist weit weniger stark, als man befürchtet hat. Die geht also wirklich runter. Dinge werden wieder billiger. Erlebe ich ja auch im Supermarkt tagtäglich, dass die Preise für viele Produkte wieder gesunken sind, die zwischendurch ja absolut hoch waren. Auch darüber kann man sich ja auch mal freuen, finde ich. Wir kommen ohne Gas aus Russland durch den Winter. Das sah letzten Winter auch noch ganz anders aus. Also von der Sorge her, da haben wir wirklich gedacht, wir müssten frieren und Heizung runterdrehen und hoffentlich kommen wir durch den Winter. Aber das ist wirklich auch, finde ich, muss man auch mal sagen, wirklich eine Leistung dieser Regierung, dass wir es geschafft haben, relativ schnell zu reagieren und die ganzen Gasvorräte anderweitig zu füllen. Und wir haben das 49-Euro-Ticket. Auch das, finde ich, ist ein echter Gewinn. Also ich kenne viele Freunde von mir, die dadurch viel mobiler geworden sind, die das auch deswegen nutzen, weil sie es haben, um mal irgendwo hinzufahren, wo sie sonst vielleicht nicht hingefahren werden. Also auch für spontane Touren. Und klar gibt es da auch immer natürlich bei allen guten Nachrichten was zu kritisieren und zu meckern und könnte noch besser sein. Aber ich finde, man darf sich auch mal über die Sachen, die da sind und die gut sind, freuen. Ein anderer Fakt, der so ist, ist, dass wir eine Erwerbstätigkeiten-Anzahl haben, die noch nie so hoch war. Also wir haben so viele Menschen, die in Lohn und Brot sind, wie seit Ewigkeiten schon nicht mehr. Entsprechend ist auch die Anzahl der Arbeitslosen entsprechend relativ gering. Und der Strom, den wir in Deutschland produzieren, ist so sauber wie noch nie. Also es war ja damals, mit Tschernobyl haben ja alle geschrien, bloß keine AKWs mehr. Jetzt sind wir endlich vom Netz. Also jetzt ist Deutschland AKW frei, was Strom angeht. Auch da kann man natürlich geteilter Meinung sein, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber ich finde, das sind so Ziele, die man sich gesteckt hat, wo wir jetzt echt ein gutes Stück weitergekommen sind. Also über 51 Prozent uns deutschen Stroms ist jetzt sauber, was gut für die Umwelt ist. Also das sind Punkte, die sind einfach schön, über die kann man sich mal freuen. Und ich weiß, die ein oder andere von euch denkt jetzt sicher jetzt immer, ja, aber. Aber ich finde, man kann sich auch mal ohne dieses blöde immer aber einfach mal kurz freuen und dann trotzdem natürlich auch sagen, es ist aber immer noch vieles im Argen, es ist vieles noch nicht perfekt. Das stimmt. Es gibt immer viel zu tun. Aber man darf zwischendurch auch mal sich freuen über die Dinge, die gut sind und die funktionieren, finde ich. Ja, ich habe ja eben schon Neujahrsvorsätze angesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr welche habt. Ich habe keine. Ich finde das Quatsch. Ich nehme mir das eher dann so zwischendurch mal vor, irgendwelche Vorsätze jetzt umzusetzen. Aber falls euer Vorsatz ist, in 2024 endlich mal zu einem Workshop zu mir zu kommen, würde ich mich erstens sehr, sehr freuen. Und zweitens gibt es ganz, ganz, ganz viele neue Workshop-Termine überall in Deutschland, die ihr auf meiner Webseite findet. Einfach doch mal gucken gehen. Und ich bin jetzt am Wochenende im Sauerland in Altena. Ich bin dann in Homburg. Ich bin wieder in Erlangen. Also ich bin wirklich sehr, sehr viel unterwegs und würde mich sehr freuen, euch bei einem dieser Workshops mal begrüßen zu dürfen. Dann würde ich mit euch gerne reden über, ja, machen wir das vielleicht zuerst, über ein paar wenige Dinge, die in meinem Shop Einzug gehalten haben, die ich euch gerne zeigen würde, die neu sind und über die ich mich sehr freue. Zum einen ist ganz tolle Wolle von Laneras wieder im Shop. Das ist ja inzwischen eine Wolle, die viele, viele von euch sehr schätzen und ich weiß, die ist bei mir immer ganz schnell ausverkauft, weil ich eben selber auch nicht so viel bekomme. Aber jetzt ist gerade wirklich richtig viel Laneras da. Für die, die noch nicht wissen, wovon ich rede, Laneras ist eine amerikanische Firma, ein Handfärber, ein Ehepaar, die Wolle selber färben und die haben ein eigenes Material auf dem, die es färben und das ist Polvath. Polvath ist eine Kreuzung aus zwei Schafsrassen und das Tolle an dieser Polvath-Wolle ist. Sie ist erstmal 100% Polvath und dann ist sie sehr weich, aber trotzdem auch robust, sodass sie für Socken geeignet ist. Wenn ihr also auf plastikfreies Sockengarn steht, kann ich euch die sehr, sehr ans Herz legen und ich zeige euch mal so ein paar Farben, gar nicht alle, die ich im Shop habe, aber ein paar Farben, damit ihr nochmal eine Idee bekommt, wie toll leuchtend gefärbt die sind. Das ist die Färbung Better Together. Das sind so grün-blaue Töne. Hier ist ein reines Blau, deswegen heißt es auch Blue Lagoon. Das ist Purple Heart. Also sehr pinkig, wie ihr hier seht. Jetzt kommt Galactified, das ist lila-lastig und ihr seht immer diese schönen, verschiedenen, leichten Abstufungen, die es eben total schön machen, finde ich. Das ist Infamous, der Strang. Und dann zeige ich euch noch zwei. Das ist ja so ein ganz tiefes Rot, heißt deswegen auch japanische Walnuss, Japanese Marple. Gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Den mag ich hier, das geht so in Richtung Herbst. Das ist so ein Kupfer-Orange-Braun, Rhinebeck. Und eine meiner absoluten Lieblingsfarben ist das hier. Das ist so richtig Herbst, Herbst, Herbst. Liebe ich und das nennt sich Muirwuz, also Muirwald. Und aus denen habe ich mir ein paar Socken gestrickt. Da kann ich euch gerne mal zeigen, wie schön das eben auch verstrickt aussieht. Da habt ihr diese ganzen wunderschönen Farben, diesen Abstufungen. Tor abgestrickt, ganz klassische Stino-Socken nach meiner anatomischen Sockenstrick-Anleitung. Ja, und ich liebe einfach diese Färbung. Also dann habe ich ja in meinem Shop zwei Nadelsets. Chao Gu ist gerade leider ausverkauft und das Unicorn-Nadelset. Und das richtet sich ja beides an Leute, die gerne mit Metall stricken. Und weil ich aber weiß, dass es natürlich auch andere Liebhaber von Holznadeln gibt, habe ich jetzt ein Holznadelset mir angeguckt und in den Shop übernommen. Und das ist dieses hier. Das ist von Lantern Moon. Kommt in so einer schönen Tasche und sieht ausgepackt dann so aus. Ist also auch, finde ich, sehr edel aufgemacht. Und wenn man es aufmacht, sieht man auch erstmal noch gar nichts. Weil so sieht es von innen aus. Und dann hat man auf der einen Seite nämlich hier das Zubehör, oben dann die Seile und auf der anderen Seite hat man die Nadeln. Und das sind fünf Nadeln aus schwarzem Ebenholz. Das geht los mit 3,25. Wo fangen wir an? Hier. Jetzt geht mit 3,25 los. Dann kommt 3,75, 4,0, 4,5 und 5,0. Also wirklich die sehr klassischen gängigen Stärken. Und ich zeige euch mal die Nadel. Habt ihr so in Gold draufstehen, den Schriftzug. Muss mal andersrum halten, damit ihr das auch richtig rumlesen könnt. Und die Nadelstärke. Und das Schöne ist, dass das Schraubsystem, das da mit bei ist, ganz übliches Schraubsystem, was man auch von anderen kennt. Auch hier nochmal so ein kleiner Nöppel, um das festzumachen. Ich zeige es nochmal mit dem Hintergrund. Aber das Tolle ist, dass hier ein Gewinde drin ist, da zum Übergang zum Seil. Das heißt, man kann das Seil hier drehen. Du kannst also hier an der Nadel drehen. Und das Seil bleibt halt gerade. Das heißt, da ist auch nochmal ein Gewinde drin. Und das macht wirklich Sinn beim Stricken, weil sich dadurch viel weniger verdreht. Also, falls ihr Holznadel-Liebhaber seid, kann ich euch das Lantern-Mohn-Set sehr ans Herz legen. Das ist wirklich ganz frisch reingekommen und sehr, sehr schön als Nadel-Set und kommt eben auch in dieser schönen Verpackung. Und das Letzte, was ich euch gerne zeigen möchte, ist jetzt ein bisschen peinlich mir auch. Ganz kleines bisschen allerdings nur. Ich habe ja immer gerne jedes Projekt, das ich stricke, in einer eigenen Projekttasche. Und ja, was liegt näher, als dann auch meine eigene Projekttasche zu haben? Und die habe ich jetzt, weil ich es so schön fand, in Auftrag gegeben. Und die sind jetzt fertig. Also, wenn ihr sehr gerne Projekttaschen habt und immer schon mal davon geträumt habt, eine Projekttasche mit meinem Logo zu haben, dann kann ich euch jetzt verführen mit diesem wunderbaren Seesack. Der kommt aus einem dunkelblauen Öko-Baumwolle. Sehr, sehr groß. Also, da kriegt ihr locker jedes große Projekt rein. Und das ist wirklich eine Öko-Baumwolle und auch eine sehr feste Baumwolle. Also, die ist jetzt nicht so sabberig, sondern die hat wirklich Volumen. Und ihr habt hier sehr schön mein von einem Freund von mir gestaltetes Do-It-Nit-Logo drauf. Das ist die maritime Variante, also die klassische marineblau mit weiß. Und das gibt es auch noch mal ein bisschen knalliger in marineblau und pink. Und habt oben eben eine Kordel und auf der Rückseite habt ihr so einen Trageriemen, um den Seesack dann eben auch schultern zu können. Ja, ich finde, die sind sehr schön geworden. Ich freue mich sehr darüber, dass es die gibt. Und falls ihr einen haben wollt, schaut mal in meinen Shop. Dann würde ich euch sehr gerne noch ein neues Hörbuch empfehlen. Ich komme auch gleich zum Stricken. Ich kann euch aber nichts zeigen. Und warum das so ist, verrate ich euch auch gleich. Aber vorher verrate ich euch noch ein ganz schönes Hörbuch, das ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen möchte. Egal, ob ihr das lesen wollt oder hören wollt, wie ich. Das hat mich wirklich sehr gut durch die Advents-Weihnachtszeit gebracht. Es ist ein Autor, den habe ich schon mal empfohlen. Sogar zweimal schon. Ich bin also ein bisschen Fan. Es ist Andreas Izquierdo. Ein deutscher Autor, der hier auch in der Nähe von Köln lebt und der ein neues Buch veröffentlicht hat. Und das heißt Kein guter Mann. Und Kein guter Mann erzählt die Geschichte von Walter. Walter ist Postbote, so um die 60, ein paar Jahre vorm Ruhestand und so ein richtiger Grumpy Old Man. Also er hat echt immer schlechte Laune. Denen geht alles auf den Sack. Der will am liebsten in Ruhe gelassen werden. Der möchte keine Sozialkontakte. Der lebt total einsam und will seine Ruhe haben. Der streitet sich aber auch mit vielen von seinen Kunden und das eskaliert dann in dieser Geschichte so sehr, dass er entweder jetzt zwangs in den Ruhestand geschickt werden soll, was er aber nicht möchte, weil er mit diesem Vorruhestand Geld halt nicht über die Runden kommt oder aber versetzt wird. Und so wird er am Ende versetzt und dann kommt es dazu, deswegen passt es eben auch so schön in die Vorweihnachtszeit, kommt es dazu, dass Walter auf das Postamt nach Engelskirchen versetzt wird und dort ab sofort die Christkindl-Post beantworten muss. Das ist natürlich voll sein Ding. Er ist auch da wieder völlig schlecht gelaunt über die vielen Kinder, die Wunschzettel schreiben, auf denen immer nur steht, ich will eine PS5 und ein iPhone und PS, ich wünsche mir auch Weltfrieden. Also das Keks den wirklich total an und auch mit seinen Kollegen kommt er nicht parat. Und von seiner eigenen Geschichte erfahren wir dann auch so nach und nach Hintergründe, wie es ihm als Jugendlichen ging und wie er überhaupt erwachsen geworden ist und wie er am Ende überhaupt zu diesem Job gekommen ist. Auch eine sehr spannende Geschichte. Aber um was es eigentlich geht, ist, dass Walter eines Tages einen Brief bekommt von Ben. Ben ist zehn Jahre alt und hat auch einen Brief an das Postamt Engelskirchen geschrieben, aber eben nicht ans Christkind, sondern an den lieben Gott. Und dieser Brief unterscheidet sich massiv von den anderen Briefen und rührt Walter, sodass Walter entscheidet, den Brief zu beantworten und zwar als lieber Gott. Und so entsteht eben ein Briefdialog zwischen dem 10-jährigen Ben und dem 60-jährigen Walter, der sich als lieber Gott ausgibt und der versucht, positiv in Bens sehr traurigem Leben einzugreifen und den Jungen zu helfen und zu unterstützen. Und das ist immer gut gemeint, klappt aber nicht immer so richtig gut und verwebt sich auch immer mehr mit der eigenen Biografie von Walter, die auch einen sehr tragischen Verlauf hat und wo auch Schuldfragen offen sind. Und ja, das ist wirklich eine herzerwärmende Geschichte. Ich konnte nicht mehr aufhören, die zu hören. Und was ich an Andreas Ischerdo so sehr liebe, ist, dass einerseits ich seine Figuren so wunderbar beschrieben finde, so voller Liebe erzählt finde und dann könnte ich diesem Autor immer auch wieder den Hals umdrehen, weil dann irgendwas Schlimmes passiert und diesen Figuren, die einem jetzt so nah geworden sind und die man jetzt so gern hat, dann sowas Schreckliches passiert, dass man dem Auto am liebsten klatschen möchte. Also mir geht das auf jeden Fall so. Aber das macht ja dann auch so eine emotionale Fallhöhe aus. Also wenn ihr offen seid für eine sehr schöne, herzerwärmende Geschichte, dann lege ich euch Kein guter Mann von Andreas Ischerdo sehr, sehr ans Herz, entweder als Buch zum Lesen oder auch als Hörbuch Wunderbar gesprochen von Dietmar Wunder. Packe ich euch unten in die Shownotes den Link und wünsche euch wirklich viel Spaß damit. Ja, aber es geht ja auch ums Stricken hier. Und ich hatte ja schon gesagt, ich habe viel gestrickt und viel mit Stricken zu tun gehabt, aber ich kann es euch nicht zeigen. Und warum nicht? Weil ich einen neuen Mystery Carl vorbereitet habe und mich sehr, sehr, sehr darauf freue, den zusammen mit euch zu stricken. Ich weiß nicht, wer von euch beim letzten Mystery Carl, beim ersten Mystery Carl, Hilde haut ab, mit dabei war. Mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht, das Tuch zu entwickeln, aber auch die Geschichte dazu auszudenken. Und ich habe mich damals sehr, sehr gefreut, dass so viele Leute das gestrickt haben und so viele Leute auch Spaß hatten an dem Hörbuch. Für die, die nicht wissen, wovon ich rede, ein Mystery Carl bedeutet, dass man sich entscheidet, eine Anleitung zu stricken und man weiß, wie viel Wolle man braucht und man weiß auch, was am Ende rauskommt. Es ist wieder ein Tuch diesmal, aber man hat überhaupt keine Ahnung, wie das Tuch aussehen wird, weil man die Anleitung eben portionsweise bekommt. Und das Besondere bei meinem ersten Mystery Carl, was ich jetzt auch wieder machen werde, ist, dass es bei mir eben portionsweise nicht nur die Anleitung zum Stricken des Tuches geben wird, sondern es gibt auch ein Hörbuch, das quasi auch in kleinen Folgen kommt. Und das war in meinem ersten Mystery Carl, Hilde haut ab, die Geschichte von Hilde, die ich da erzählt habe. Und jetzt gibt es einen neuen Mystery Carl und der wird heißen, Wilma will mehr. Wenn ihr bei Wilma mitmachen wollt, der Mystery Carl startet Mitte Februar, genau am 15. Februar geht's los und ihr braucht wieder vier Stränge Wolle a 100 Gramm in Sockenstärke und es sollten drei Farben sein, die gut zueinander passen, die also harmonisch einen schönen Verlauf bilden und eine vierte Farbe, die als Kontrastfarbe zu den drei Farben gut funktioniert, die diese Farben also gut einrahmt. Das kann eine neutrale Farbe sein, also ein Grau, ein Schwarz, ein Weiß, ein Beige. Es kann aber auch sein, dass eure drei Farben eher gedeckt sind und dann habt ihr als Kontrastfarbe, die die verbindet, eben eine Knallerfarbe. Das ist euch ganz selbst überlassen. Wenn ihr interessiert seid, am Mystery Carl mitzumachen, findet ihr die Anleitung auf meiner Webseite. Dort könnt ihr die Anleitung kaufen und bekommt dann als erstes so eine Grundinformation nochmal, wo alles drinsteht, was ihr wissen müsst und dann eben ab 15. Februar jede Woche einen Teil der Anleitung und dieser Mystery Carl geht diesmal über fünf Etappen. Das heißt, fünfmal kriegt ihr eine Anleitung mit dem Tuch, das ihr stricken könnt und mit eben der Geschichte um Wilma Wilmer. Ich habe das Tuch mit meinen Teststrickerinnen aus der Alpaka Socks von Langjans gestrickt und das war wirklich ein Glücksgriff. Diese Wolle ist zum Sockenstricken wirklich viel zu schade, eignet sich hervorragend für Tücher und es gibt die in ganz, ganz vielen Farben. Das heißt, wenn ihr eine Empfehlung wollt, dann empfehle ich euch die Alpaka Socks als Garn euch anzugucken. Die gibt es bei eurem Wollgeschäft sicherlich, die findet ihr auch online. Ihr könnt die aber auch bei mir kaufen. Ganz wichtig an dieser Stelle, ihr könnt diesen Mystery Carl natürlich mit jeder Wolle mitstricken. Ihr könnt Wolle aus eurem Stash nehmen, ihr könnt zum Wollgeschäft gehen, ihr könnt sagen, ich habe meine bevorzugte Tücherwolle, mit der ich gerne stricken möchte. Könnt ihr gerne machen. Wenn ihr die Alpaka Socks nehmen wollt, dann habe ich in meinem Online-Shop jetzt sechs Pakete zusammengestellt, sechs Farbkombinationen, die ich mir gut vorstellen kann und ihr könnt gerne gucken, ob euch eine von diesen Farbkombinationen gefällt, dann könnt ihr die gerne bestellen. Wer bei mir die Wolle bestellt, kriegt dann die Anleitung dazu kostenlos. Ich mache das deswegen jetzt mit den Paketen so, weil ich natürlich jetzt nicht weiß, wie viele Leute möchten denn gerne aus dieser Wolle und in meiner Farbkombinationen stricken. Da ist es so, dass ihr die Pakete bei mir bis zum 1. Februar bestellen könnt und dann liefere ich die in der Folgewoche aus, sodass ihr zum 15. Februar also alle versorgt seid und jetzt würde ich euch gerne mal die Farbkombinationen zeigen, die ich ausgesucht habe, die ihr auf meiner Homepage eben auch findet. Es geht los mit vier Bären-Tönen und deswegen heißt diese Farbkombination auch Brombeerleuchten. Hier kann man schon mal so ein bisschen sehen, hier ist so ein Blau-Grau, das so als neutrale Farbe diese drei verschiedenen Bären-Töne miteinander verbindet. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und ihr seht hier auch schon mal, schaut euch mal die Wolle an, die ist so schön weich, die hat so einen schönen Pflaumen, die eignet sich also wirklich super für Tücher. Das ist das Garnpaket Bärenleuchten. Dann gibt es ein Garnpaket Pink Lady, das sind diese Farben, das ist ein Schwarz, ein helles Grau. Auch hier ein Bären-Ton und ein sehr kräftiges Pink. Also das ist wirklich ein bisschen was für die knalligere Fraktion in diesem Fall. Hier würde ich das Schwarz als Kontrast nehmen und die anderen drei Farben quasi als Musterfarben. Für die Leute, die sagen, ich möchte es gerne maritim haben, gibt es Nordseewellen. Das sind hier zwei Blautöne, ein Grau und ein klassisches Weiß. Das ist das Garnpaket Nordseewellen. Wir hatten ja eben die Pink Lady, jetzt gibt es noch die Pink Queen. Das ist ähnlich, nur ein bisschen gedeckter. Also hier gibt es am Ende daneben ein dunkleres Grau. Finde ich auch eine sehr schöne Farbkombination in den drei verschiedenen Rottönen mit diesem Anthrazit kombiniert. Also kann ich mir auch sehr edel vorstellen als Paket. Und zwei habe ich noch. Einmal für die Herbstfraktion gibt es hier das Herbstleuchten. Das sind so wunderschöne Rot-Orangetöne und ein warmes Braun, so ein Karamellbraun. Und die letzte Farbkombination ist wieder etwas Kühleres und nennt sich Meeresrauschen. Das sind drei verschiedene Blautöne, die sich bis zum Salber hier abstufen und dann kommt hier unten noch ein helles Grau, um das zu verbinden. Das ist auch eine sehr schöne, finde ich, Farbkombination. Wie gesagt, alle sechs Garnpakete findet ihr in meinem Shop. An der Stelle ganz klar, es gibt wirklich bei mir nur diese Garnpakete. Ihr könnt jetzt nicht anfangen und sagen, ich möchte aus Paket 3 gerne Farbe 1 und 2. Und das schaffe ich logistisch einfach nicht. Dafür geht ihr einfach bitte dann zu eurem lokalen Wolldealer. Es gibt von dieser Alpaka-Sox, wenn ihr die nehmen wollt, 41 Farben. Also da gibt es unfassbar viele Kombinationen, die zusammenzufassen. Wenn euch jetzt nichts gefallen hat, ist da sicherlich auch für euch was dabei. Also, Mystery Carl, Wilma, Wilmea, wieder ein Mystery Carl Plus, also mit Hörbuch. Anleitung und Garnpakete könnt ihr ab jetzt bei mir im Shop kaufen. Und los geht es dann am 15. Februar. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder, wie bei der Hilde oder zum ersten Mal dabei seid, diesen Mystery Carl mit mir zusammen zu stricken. Das wird eine spannende und aufregende Reise. Und ich kann euch als Rückmeldung von meinen Teststrickern sagen, dass es auf jeden Fall anfängertauglich ist. Es wird weniger kompliziert sein als die Hilde von dem, was wir da machen. Und es wird wie bei der Hilde auch so sein, dass ihr in der Anleitung immer kleine QR-Codes habt zu Videos, die nochmal vielleicht eine kniffligere Stelle euch dann genau erklären. Ja, das sind meine guten Nachrichten für 2024. Ich freue mich auf ein schönes, wolliges Jahr mit euch und auf eine spannende Reise bei Wilma, Wilmea. Für alle Leute, die Lust haben auf Büsum, alle Büsum-Informationen gibt es im Februar. Also bitte nochmal warten bis Februar. Da gibt es ein Video zu und da werden alle Kurse online sein und da könnt ihr alle Kurse auch buchen. Büsum geht also im Februar online. Ja, ich wünsche euch jetzt, dass euer Jahr gut gestartet ist und gut weitergeht. Und denkt immer daran, es kann alles passieren, auch das Gute. Ciao und schönes Leben noch.